Für mich ist es eigentlich immer da, für mich ist es eigentlich immer da und das ist auch, ich glaube das ist auch so etwas, was auch nicht weggeht. Wesentliche Sachen in meinem Leben konzentriert, alles andere war für mich unwichtig, was mein Leben auch wiederum auf der anderen Seite bereichert hat, muss man einfach sagen. Weil man einfach weiß, dass das Leben wirklich, auch so wie ich das in meinem Buch geschrieben habe, das Leben ist wirklich, das sind Augenblicke, die man geschenkt bekommt, die man wirklich mit sehr viel Achtsamkeit und Dankbarkeit eigentlich leben sollte, weil man nicht weiß, wann es wirklich vorbei ist. Und man sollte wirklich dieses Leben als Geschenk betrachten, auch wenn man es jetzt vielleicht in so einer Situation, wenn sowas passiert ist, nicht wirklich versteht, warum einem das wirklich passiert und warum dann so eine junge Seele dann gehen muss. Er hat einfach aufgehört zu atmen und wie gesagt, wir haben es zwar noch relativ schnell gemerkt, aber ich konnte ihn dann irgendwie nicht mehr, ich konnte ihn nicht mehr wirklich zurückholen. Also er hat noch Lebenszeichen gehabt, also ich habe ja wiederbelebt, bis der Notarzt da war, aber der hat es dann nicht geschafft. Und dann war ich dann einfach, waren wir alle in so einer Schockstahl, das hat ja relativ lange gedauert, also ich war lange gar nicht mehr in der Lage überhaupt irgendwas zu machen. Also ich stand zum Beispiel in einem Supermarkt drin und ich wusste, ich musste was einkaufen, aber ich wusste nicht, was ich machen soll. Das hat alles auch seinen Sinn und es hat auch alles seinen Grund und auch wenn man das jetzt am Anfang wirklich nicht wirklich versteht oder keine Antwort auf diese Frage bekommt, und es ist dann dennoch so, dass ich durch diesen ganzen Prozess der Trauer und der Bewältigung meines Lebens letztendlich dann wieder auf wirklich ein neues Leben einfach angefangen habe, was heute viel intensiver und viel dankbarer und schöner ist, als ich das vorher gelebt habe. Durch das Schreiben meines Romans habe ich auch erfahren, dass das wirklich eine sehr gute Therapiemöglichkeit ist. Und durch das Schreiben ändert sich die Perspektive eben auch. Man kann Dinge vielleicht auch aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten und das hat mir sehr, sehr geholfen, dass sie nicht alleine sind und dass es trotzdem lohnt, sich dem Leben zu konfrontieren und positiv über das Leben zu denken und dankbar zu sein für die Momente, die man geschenkt bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Glück findet einen immer wieder, wenn man das Herz einfach mehr aufmacht. Das ist ganz, ganz wichtig.